Das ist ein wichtiges Wochenende für das Team. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Noch eine Minute. Noch 30 Sekunden in dieser Fession. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind bereit. 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 Lico ist direkt vor dir. Du hast dich auf den 15. Platz geschoben. Lico ist an der Box. Dein Vordermann hat die Weichenreifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Seht aus, als ob du demnächst zum Boxenstopp kommst. Beim nächsten Boxenstopp bekommst du harte Reifen. Geht aus, wenn du auf die Strecke fährst. Du hast einen neuen Satz harte Reifen. Nur noch einen Stopp für dich. Noch einen Stopp. Okay, du musst ihn überholen. Du musst ihn überholen. Die Strecke fährst du in die Strecke fährst. Williams hat bei Donado einen Satz der härteren Mischung gegeben. Er wird wohl länger draußen bleiben. Die Strecke fährst du in die Strecke fährst. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Es wird keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Maldonado fährt wohl in den nächsten drei Runden an die Box. Die Strecke fährt wohl in den nächsten drei Runden an die Boxenstopp. Der Rundermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Die Strecke fährt wohl in den nächsten drei Runden an die Boxenstopp. Die Strecke fährt wohl in den kommenden einen Teil an die Boxenstopp. Der Runden an den Runden an die Boxenstopp. Aber Sie sehen sich hat schon einmal ein paar Runden an die Boxen öffnet. Der Runden an der Runden an die Boxenstopp. Das sind zwei Punkte. Klasse gemacht! Untertitelung des ZDF, 2020 Du hast Platz 5 in der Fahrerwertung verteidigt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020